Abend Leute, es fällt mir wirklich schwer, euch das mitzuteilen, aber wir verabschieden uns von meinem alten Intro. Es hat mir sehr gute Dienste erwiesen und in Ehren dieses alten Intros werden wir uns, bevor wir es endgültig verabschieden, noch einmal gemeinsam anschauen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wenn er das alte Intro löscht, was kommt dann? Und ich sag's euch, es kommt ein neues Intro und das werden wir jetzt gemeinsam anschauen. Viel Spaß! So, ich hoffe das Intro gefällt euch genauso sehr wie mir. Das Ganze habe ich erstellt mit Adobe After Effects CS5. Kurz die Information noch zu dem, was kommen wird. Ich arbeite zur Zeit in einer neuen Episode von der Sendung mit der Psychogurke mit dem Thema Minecraft. Außerdem wird es natürlich wieder Let's Plays, Gameplays und so weiter und so fort geben. Eventuell auch ein paar Synchronisationen, wie wir es schon bei unserem Pädobär gesehen haben. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video, eure Psychogurke.